Hey Leute, was geht und willkommen zu einem kleinen Infovideo von TheFantastic2. Und ja, Vince und Luca sind am Start. Yo Leute, was geht? Es geht und ja, wie ein paar Shellocks von euch schon gemerkt haben, fehlt ja noch das vierte Spiel unseres Edge Impulse 3 Viertelfinales. Und ja, da haben wir zwei Leute für das Spiel. Einmal ist das der Louis Dreischbach und in-game heißt der Kare Knatscher. Und er würde dann gegen den Eisener General spielen, so heißt er auch in-game. Das ist das Spiel, von dem wir ausgehen, was dann, ja, Samstag, also diesen Samstag, das wäre dann der 18. Januar 2014. Ja, da solltet ihr euch am besten um 20 Uhr am Samstag bei ESO Online gehen und dann spielen. Wenn ihr nicht könnt, schreibt einfach einen Kommentar unter das Video oder schreibt uns eine PN, das wäre perfekt. Und ja, wenn jemand von den beiden nicht da sein sollte oder beide, dann kann der Game LP 517 und oder der Tiki Tox auch spielen. Also könnt ihr online gehen und ja, dann könnt ihr gucken. Wenn irgendwer fehlt, könnt ihr euch gönnen. Natürlich. Und vergesst auf keinen Fall auf aufgezeichnetes Spiel zu gehen, weil wir wollen natürlich auch einen Let's Comment draus machen, damit ihr auch mal seht, wie das Spiel ausgegangen ist und so weiter. Genau, deshalb gibt es am Freitag die letzten Part unseres Let's Plays und eventuell Montag dann das vierte Commentary unseres Turniers. Ja, Luca, dann war es das. Ich würde sagen, ja, das war es mit diesem kurzen Infovideo. Am Freitag, wie gesagt, normales Video. Montag kommt dann höchstwahrscheinlich auch schon das letzte Let's Comment von unserem Turnier, von dem Viertelfinale. Genau. Das Halbfinale wird dann ab. Übernächste Woche wird wahrscheinlich hochgeladen werden. Zwischendurch kommen noch ein paar Let's Plays normale. Ja, und da kommt auch noch ein sehr chilliges Video von uns. Da haben wir einen Gast, der auch Edge Empire's Let's Plays. Also freut euch drauf. Und ich würde sagen, das war es dann hiermit. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.